Können wir mal bitte kurz über Talk To Me reden? Der Film ist jetzt nämlich ganz neu auf Amazon Prime zu finden und ist aktuell auf Platz 5 der Charts. Talk To Me ist ein australischer Horrorfilm. Erkennt man sehr gut daran, dass am Anfang des Films kein Hund oder eine Katze zu sehen ist, sondern... ein Känguru. Ein Känguru in einer sehr traurigen Situation. Aber worum geht's überhaupt? Ein paar Jugendliche haben eine abgetrennte Hand gefunden, mit der man Geister beschwören kann. Diese Geister gehen dann in die Körper der Jugendlichen über. Alles cool, gar kein Problem, solange man das Spiel innerhalb von 90 Sekunden abbricht. Die ersten 40 Minuten des Films ziehen sich aus meiner Sicht schon sehr. Zwischendurch habe ich mich immer mal wieder gefragt, wird's jetzt endlich gruselig oder ist das eigentlich eine Teenie-Komödie? Und genau in dem Moment, wo ich mich gefragt habe, ob das eigentlich eine Teenie-Komödie ist, kommt der wahrscheinlich größte Was-zur-Hölle-Moment. Und dann geht der Film auch erst los. Naja, irgendwie auch nicht so richtig, weil danach wird's dann wieder sehr ruhig. Also man hat jetzt nicht mehr das Gefühl, eine Komödie zu gucken, aber so richtig gruselig wird's einfach nie. Es gibt in dem Film aber wirklich ziemlich verstörende Szenen. Die Geschichte um diesen Jungen hier ist mit Abstand der beste Teil des Films. Also wer einen richtig gruseligen Horrorfilm erwartet, der wird definitiv enttäuscht sein. Aber Talk to Me hat durchaus gute Momente und die Geschichte hat einfach irgendwie was. Alleine die letzte Szene des Films finde ich persönlich aus erzählerischer Sicht sehr befriedigend. Das kann man schon so sagen, oder? So richtig umgehauen hat mich der Film allerdings nicht. Ich hab einfach was Gruseligeres erwartet. Aber vielleicht bin ich mittlerweile auch innerlich tot. Wie viele Punkte gebe ich dem Film? Sechs. Sechs von zehn Punkten. Sechs. 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 Sechs.